so herzlich willkommen zur let's play Hogwarts Legacy wir machen heute weiter mit unserem Projekt und wollen es sehr wahrscheinlich heute beenden ja ich muss euch tatsächlich etwas mitteilen meinen Plan mein Projekt wie auch immer was ich eigentlich machen wollte danach ist wird leider erst mal auf Wechselzeit nicht klappen warum ja eigentlich wollte ich ansetzen mit GTA Rollplay über den PC es hat mehrere Probleme gegeben und alles drum und dran und jetzt weiß ich auch was was die Sache ist meine Festplatte hat sich verabschiedet also das heißt sich verabschiedet sondern sie hat sagt dann ist es auf voller Auslastung das heißt ich vermute einen weg ich befürchte dass es daran liegt das heißt ich muss jetzt gucken dass ich irgendwann meine neue Festplatte schießen weil sich aber definitiv nicht jetzt heute und die nächste Zeit machen kann ich weiß noch nicht ein zwei Monate vielleicht dieses Jahr also es wird also erst mal auf unbestimmte Zeit nichts werden DH wird mit nach diesem Projekt weitergehen mit GTA was City das was ich eigentlich ursprünglich machen wollte beziehungsweise es gibt nach dem Need for Speed geht es mit GTA was City weiter und danach geht es dann hier auf dieser Stelle weiter mit Far Cry 6 mal wieder und dann irgendwann auch mit natürlich auch mit Assassin's Creed das heißt seht es mir momentan mit danach dass es erst mal nichts anderes geben kann wie gesagt ich habe mich so drauf gefreut aber ist halt so geht nicht finanziell gerade nicht nach machbar deswegen oder andere Prioritäten ja gut dann machen wir also weiter die ddrischen Schlüssel die müssen wir eigentlich auch machen das sind für noch drei Stück aber die brauchen wir als andere haben wir nicht viel mehr haben wir nicht wir haben noch das große Finale und das werden wir heute angehen Moment ich muss gerade überlegen wo wir hin müssen ach genau auf die Karte wollte ich eigentlich drauf wir sind bei Level 29 so jetzt Karte von Hogwarts so warte mal geheime Räume war das jetzt geheime Räume ja ne die Kartenkammer ja da ist er er wartet immer noch Vorsicht bitte Entschuldigung Gut gehen wir rein aber ich muss jeden wieder rein was schon Er griff an als sich Ollivanders mit dem Zauberstab der Hüter verließ Bei Godricks Herz geht es Ihnen gut? Ich weiß dass Sie sich gut verteidigen Er hätte mich getötet sobald er das Behältnis gefunden hätte Sie haben also gut die Hüter wachen schon Ich muss auch sehen es gibt wir kennen die ganze Geschichte ja schon ich will nur als das quasi mit weniger ein bisschen Ja 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 machbar weiter ich will weitermachen ich will hier das Thema Die Prüfung gestartet das letzte Behältnis betritt die Höhle der Rü Sie müssen nur hoffen dass wir uns in der Welt sind und hinter dieser Tür nichts als ein unberührtes Behältnis vorfinden Das wird nicht passieren wie wir das mittlerweile schon kennen und das ist das große Finale von Let's Play Hogwarts Legacy und dann geht es weiter mit einem neuen Projekt Ich hoffe doch die Schutzzauber des Schlosses schützen auch gegen ein Eindring von unten Das hoffe ich auch aber selbst wenn Sie es jetzt nicht tun versichere ich Ihnen in Zukunft werden Sie es Konnten Sie Professor Riesli noch erreichen? Ja hoffentlich kommen Sie und die anderen bald Sie wissen wo die Tür ist durch die wir gekommen sind Wir haben Schlimmeres überstanden Professor Schauen wir uns mal den Nicht im Finale dabei haben dass der nicht trifft So wir müssen jetzt das Thema erstmal angehen Der Vorteil ist dass ich hier ein bisschen was Ach wir müssen sowieso Ich krieg mal den Helm Ich krieg mal den Helm Ach ich war das nicht geplant so jetzt ich muss mal gerade kurz so weiter geht's ich habe genug tränke ich bin eigentlich voll ausgestattet mit trinken ja 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 Was ist das? 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 So... Was ist das? 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 Was ist das?